Scorpion Ich hörte die Legende der Umgadi, Tanja. Du wirst sehen, sie ist kein Mythos. Deine Braut kennt die Außenwelt bereits, Scorpion. Du weißt von Harumi? Immer noch von Schengsungsfähigkeiten begeistert? Nein, nicht mehr. Das kannst du mir glauben. Zeig mir, ob du ein würdiger Hochmagier bist. Das erträgst du nicht, Scorpion. Wie ein räudiger Hund beißt du die Hand, die dich füttert. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen, Ehrenrechner. Mit dir als Großmeister wird unser neuer Clan aufblühen. Nur wenn wir die Tradition ehren. Du ehrst mich mit deiner Treue. Du hast sie dir verdient, Bruder. Bald treffen wir im Kampf auf die Lin Kuei. Es wird unser letzter gegen sie. Hast du schon mal Liu Kangs Stundenglas gesehen? Ich wusste lange nicht, dass es überhaupt existiert. Sollte ich Liu Kang mein Vertrauen schenken? Meines konnte er sich stets verdienen. Wie tödlich ist dein Stachel, Scorpion? Mögest du das niemals herausfinden. Ich gebe alles, Bruder. Zeig, was du kannst. Du hättest mit mir herrschen können. Bei dem Gedanken wird mir schlecht. Folge deinem Großmeister. Ich verrate unsere Prinzipien nicht. Liu Kang ist sehr von dir angetan. Lass mich dir zeigen, warum das so ist. Dein Bruder wird wegen Beihilfe zu Shaos Rebellion gesucht. Ich ziehe ihn zur Rechenschaft, nicht du. Deine Aufgabe ist es, Takatana zusammenzutreiben? Es ist nicht gerade schön, aber notwendig. Lass Cento nicht zur Krücke werden. Ich gewinne diesen Kampf so oder so. Meine Klingen hungern nach deinem Fleisch. Beruhig dich, Baraka. Takat wünsche ich's nicht mal meinem ärgsten Feind. Dann hilf zu verhindern, dass Bihanes als Waffe nutzt. Woher weißt du, dass ich mit aller Macht kämpfen werde? Weil du nichts mehr zu verlieren hast. Es werden uns andere Zeitlinien auch bedrohen. Du bist nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt. Ich will sehen, wie mein Vater starb. Für dieses Wissen bist du noch nicht bereit. Die Lin Kui deines Bruders stehen dem Frieden im Weg. Um die werde ich mich kümmern. Du bist nichts weiter als Liu Kangs Sklave. Das findet mein Bruder auch. Das Erdenreich sollte keine Flüchtlinge aus Seido verstecken. Wir überlassen sie nicht eurer Willkür, Havik. Ich brauche Partner für die Rebellion. Hier wirst du keine finden, Havik. Dass Bihan mit dir arbeitet. Ich hatte schon seltsamere Partner. Ernähre dich einfach von niederen Spezies. Menschen sind eine niedere Spezies. Bist du so nahrhaft, wie du aussiehst? Das wirst du niemals erfahren. Wie ähnest du einem Skorpion? Ich habe seine Stärke und steche zu. Ist die Schwesternschaft der Schatten noch eine Gefahr? Wenn Quan Chi zurückkommt, um sie anzuführen? Ja. Bihan kann erlöst werden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie. Ich wette, ich könnte Shirai Ryu sein. Zuerst musst du Demut lernen. Ich ziehe den Hut vor deiner Genialität. Endlich schätzt jemand meinen Schakramhut. Alles, was du kannst, kann ich noch viel besser. Das wird leicht zu widerlegen sein. Wo ist denn das Problem, wenn ich mit dabei bin? Die Geheimnisse der Shirai Ryu bleiben geheim, Cage. Mein Können beeindruckt dich nicht? Welches Können meinst du denn? Mit deinem Können wärst du der Hit, Kuai Liang. Sehe ich aus wie ein Entertainer? Du lässt dich von Rachsucht verzehren. Sollte Bihan etwa ungeschoren davon kommen? Als Wächter der Zeit hättest du Combat abschaffen können. Auch die Macht der Titanen hat Grenzen. Werden die Shirai Ryu das Erdenreich verteidigen? Lass mich dir unsere Fähigkeiten vorführen. Du ehrst mich mit dieser Lektion. Pass besser auf. Es gibt viel zu lernen. Liu Kang war klug, dich zum Champion zu machen. Es bedeutet mir viel, dass du das sagst. Nach Liu Kangs Enthüllung vertraue ich ihm nicht mehr. Verständlich, wenn man bedenkt, was er verborgen hat. Deine Armee ist auf der Flucht. Aber sie ist nicht besiegt. Deine Rebellion hat dich alles gekostet. Ich habe immer noch meine Ehre, Erdenreichler. Versuchst du erneut das Erdenreich zu erobern? Verschone mich mit deinen leeren Drohungen, Scorpion. Du kennst meine Familie seit Ewigkeiten. Ein Menschenleben ist nicht mehr als ein Wimpernschlag für Edeniana. Deine Eltern waren herausragende Kämpfer. Ich hoffe nur, ich werde ihnen gerecht. Der Mord an deinem Mann verfolgte meinen Vater. Alle, die Jared nahe standen, waren bestürzt. Willst du die Macht der Shirai Ryu sehen? Sie sind einfach wertlos und schwach. Sieh es ein, Liu Kang ist ein Teufel. Das ist er nur in deiner verzerrten Wahrnehmung. Das Erdenreich steht hinter der Imperatorin. Dann wird es mit ihr brennen. Du willst mir helfen? Ich lehre dich, ein wahrer Großmeister zu sein. Die Rachsucht wird mich nicht überkommen. Wie kann dich der Tod deines Vaters kalt lassen? Wo kommst du denn plötzlich her? Aus den Flammen des Unterreichs? Da reicht's.